Wir sind sozusagen bei strombetriebenen Heizungen, die auch möglich sind und die es durchaus gibt. Also man nennt das Nachtspeicheröfen. Sehen wir uns bloß mal die Stromrechnung an. Sie ist mittlerweile dreimal so hoch wie früher. Das ist eine Technik, die es seit über 50 Jahren gibt. Sie wollen wieder zum Nachtspeicher zurück? Das wäre nämlich mal eine Frage gewesen. Also wenn Sie sagen, niemand sagt, dass es Wärmepumpen sein sollen. Wir wollen aber auch kein Öl mehr, wir wollen kein Gas mehr. Dann wollen Sie mit Nachtspeicher jetzt Deutschland retten? Also Sie können sozusagen mit strombetriebenen Heizungen... Gerade wenn es nicht unbedingt Nachtspeicher ist, sondern wenn es uns endlich gelingt, was auch verschlampt worden ist. Natürlich braucht man die Dummheit eines wilden Bergesels, um diesen Schlamassel erst zu verzapfen. Endlich, dass wir das Stromnetz digitalisieren, was wir jetzt auch angehen. Ja, Moment. Leck mich am Arsch! Ja, Moment. Untertitelung des ZDF, 2020